Da haben wir jetzt so ganz so... Wir haben doch gepresiert, oder? Wir müssen hoppen, wir müssen... Wir müssen gepresiert, oder? Ja gut, da muss ich schon was reden. Ich muss mich schon erinnern. Wir wollen gepresiert auch von euch. Na klar. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, so auf die Züble, aber wo man dann... ...tun wir hin, ich weiß nicht. Moin, du bist bescheid, du kannst ganz raten. Man muss halt ein wenig hingehen. Ja. Vermitt das alles? Nein, klar. Jetzt sind Sie die Zugseil. Ja. Und wenn ich ihn runterbringe, dann löse ich das Zugseil. So, jetzt löse ich das Zugseil. So, und jetzt mit dem Rückholseil bin ich jetzt runter. So, wenn ich halten will, höre ich auf. Ja. Aber jetzt kommt aber das Zug da nicht mehr am Boden runter. Ja, weil... Weil es liegt hier schon auf dem Boden auf. Deswegen kriegt er nicht genug. Nein, hörst du nicht. Ja. Jetzt fällt man rein. Ja, das wird jetzt bei dir. Ja, auch. Ja. 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 Was ist das? Die Kupport oder die Kupport, ähnlich wie aber. Ich sage auch, mit kurzem, wenn ich sage immer, du Sandpark. Vielen Dank.